Grüß euch Leute, freut mich, dass du mit eingeschaltet hast, denn heute ist ein Thema aufgekommen und zwar der Freezer von Grizzlyfy, wo wir tatsächlich unsere Rendite einerseits boosten können, unsere Teilnahme am Moneta-Airdrop extrem erhöhen können und da natürlich maximal profitieren wollen. Ich sage euch natürlich in diesem Video genau, was ich gemacht habe, warum ich was gemacht habe und wie ich den Impermanent-Loss perfekt zum Impermanent- bzw. vielleicht sogar Permanent-Profit gedreht habe. Genau diese Sachen besprechen wir heute in diesem Video und im allerersten Step möchte ich euch mal erzählen, was ich gemacht habe. Wer meine Grizzly-Videos verfolgt, hat es eh gesehen, ich habe es schon gesagt am Dienstag glaube ich, dass ich einen Teil meiner Position aus dem G-Honey B&B Pool rausnehmen werde, weil es ist folgendes passiert, wir haben durch den Impermanent-Loss, der G-Honey ist gefallen und der B&B ist halbwegs stabil geblieben, aber auch gefallen, wir haben dann mehr G-Honey im Pool gehabt, als wir eingezahlt haben, weil unsere G-Honey quasi gekost-averaged wurden und immer wieder beim fallenden Kurs gekauft wurden. Neben der herrlichen Rendite ist natürlich das der Nebeneffekt des Impermanent-Loss. Wie habe ich das genau gemacht, das zeige ich euch ganz kurz in einer Grafik. Und zwar, was wir beim Liquidity-Mining machen, ist ja grundsätzlich Liquidität zur Verfügung stellen. Und das passiert auf einer dezentralen Exchanger mit Liquidity-Pools. Hier haben im Endeffekt die Leute, als sie den G-Honey abverkauft haben, sehr viele G-Honey in den Pool reingegeben und auf der anderen Seite haben sie die darin liegenden B&B rausgenommen. Also im Endeffekt sind dann mehrere G-Honey's einen B&B wert, so wie wir es jetzt haben. Und ich habe dann entschieden, weil ich bin ja Liquidity-Provider, mein Prozentsatz an diesem Pool, der bleibt grundsätzlich gleich, wenn nicht mehr Volumen reinkommt. Nur woraus mein Liquiditätsanteil besteht, entscheidet im Endeffekt der Liquiditätspool. In dem Fall habe ich erkannt, okay, viele Leute haben in den Pool G-Honey reingelegt und B&B rausgezogen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich nutze jetzt meine Möglichkeit und nehme dieses Verhältnis an und gehe aus dem Liquidity-Pool raus. Das heißt, dass meine Einlage sich verschoben hat, es sind mehr G-Honey geworden und weniger B&B und die habe ich jetzt rausgenommen. Was hat sich dann getan? Der Kurs hat sich zum Glück, in dem Fall war es ja eine Spekulation, hat sich ins Positive entwickelt, 10, 20% oder sowas haben wir mitgenommen, die wir beim Liquidity-Mining nicht ganz mitgenommen hätten. Weil was halt passiert ist, die Leute haben wieder B&B in den Pool reingelegt und G-Honey gekauft, um sie in den Freezer reinzupacken. Also ganz banal mal erklärt. Das heißt, mein Anteil am Pool wäre wieder mehr B&B und weniger G-Honey. So verschiebt sich das grundsätzlich technisch gesehen. Als ich jetzt das mitbekommen habe mit dem Freezer und da benutzt ihr bitte nur diese eine Domain, wo wirklich hier auch in der Grizzly-File-Gruppe gepinnt ist. Hier diese Domain, diese nehmt ihr, das ist die Originale, alles andere ist Scam. Der Link zur Grizzly-Gruppe ist natürlich in der Videobeschreibung. Und dann kommt ihr ganz safe auf diese Seite. Was auf jeden Fall jetzt sofort ins Auge sticht, ist einerseits der Rendite-Booster. Der ist cool, das kann man definitiv lassen. 1,7-fach die Rendite. Sprich, wir sind wieder bei einer APR von 260%. Also summa summarum 0,8% und 0,7% am Tag. Was absolut mega gut ist, vor allem bei steigenden Kursen, wie wir sie jetzt haben. Beim 1-Monats- und 3-Monats-Freezer ist es ein bisschen weniger. Was aber der Killer ist, ist unser Moneter-Booster. Grundsätzlich bekommen wir pro gefrorenen G-Honey auf 6 Monate 20 Moneter. Und wenn ich mir vorstelle, dieser Moneter würde wahrscheinlich zwischen 50 Cent und 1-2 Dollar herum pendeln. Einfach meine Einschätzung nach dem, was ich so gehört habe von dem Founder-Team. Da habe ich mir dann überlegt, okay, angenommen ich freeze jetzt meine 70 Dollar Wert an G-Honey oder wo bin ich raus aus dem Liquidity Pool bei 65 Dollar. Das ist quasi mein neuer Preis, wenn ich aus dem Liquidity-Mining rausgegangen bin. Und dann sage ich, okay, auf 65 Dollar Preis bekomme ich einen 20 Dollar Airdrop. Ist ein 20 Dollar Kursgewinn, absolut cool. Und ich bin damit einverstanden, die Rendite hier zu erhöhen. Die kann ich natürlich auch claimen, wenn wir hier Check-Freezer gehen. Da habe ich 70 G-Honey auf 6 Monate gefreezt. Und habe da jetzt knapp in 24 Stunden einen halben G-Honey raus. Also mit der Rendite kommst du da echt recht gut an dein Ziel. Vor allem, wenn die jetzt nicht zu stark sinkt. Und auch wenn wir noch über 150% bleiben, macht das Ganze Sinn. Ein kleines bisschen mit 10 G-Honey habe ich dann auf 3 Monate gefroren. Einfach um nicht alles auf Long-Term zu locken. Und ganz ein bisschen, einfach ein paar habe ich mal in den 1-Monats-Freezer reingelegt. Weil, stellt euch vor, der Kurs verdoppelt, verdreifacht sich. Und ihr würdet euch in den M beißen, wenn ihr dann nicht sagt, okay, ich kann zumindest ein bisschen was claimen und ein bisschen was ausgeben. Weil Profite nehmen ist nie der Fehler. Vom Profite nehmen ist noch nie jemand arm geworden. Und deswegen, wenn es jetzt halt die 6 G-Honey sind, die dann kurzzeitig sehr, sehr viel wert sind, kann ich die verkaufen, mache mir einen schönen Abend mit meinen Leuten. Und dann passt das ja auch, weil der Rest vom Investment läuft. Und ich habe auch ganz bestimmt noch immer meine Positionen hier nicht verändert, was meine Hives angeht. Außer eben B&B G-Honey. Dort habe ich noch einen kleinen Rest drinnen und immer noch meine Versuchspools, Versuchshives, wo ich reingegangen bin mit Stablecoin und Kryptowährungen, wie Ethereum, Bitcoin und dem BUSD und ein bisschen Stablecoin. Einfach, um zu verstehen, wie die Rendite funktioniert. Und hier nutzen wir aktuell bei den fallenden Kursen den Impermanent Loss zu unserem Vorteil, weil es bei diesen Pools natürlich genauso funktioniert. Der Kurs wird abverkauft. Das heißt, mehr Leute legen Ethereum in den Liquiditätspool und nehmen sich Dollar raus. Mehr Leute nehmen B&B und Bitcoin und legen sich in die Liquiditätspools und ziehen die Stablecoins raus. Das heißt, mein Anteil besteht dann mehr aus Kryptowährungen und weniger Anteil aus Stablecoin. Und wenn ich dann einen Low-Punkt suche, wenn jetzt der Bitcoin wirklich crashen sollte, habe ich noch diese Positionen im Petto und kann sagen, okay, ich gehe jetzt raus, nehme den maximalen, hoffentlich maximalen Impermanent Loss mit, nehme sehr viel mehr Ethereum aus dem Pool raus und weniger Stablecoin. Und dann, wenn natürlich die Party wieder losgeht und die Kurse steigen, habe ich mehr Ethereum, als ich am Anfang reingelegt habe. Und das ist natürlich auch immer mein Ziel, meine Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, Ethereum und B&B zu vermehren. Auch mit Grisify ist mein Ziel, meine Bitcoin-Bestände zu vermehren. Wo das Profittaking dann stattfindet, habe ich euch schon in einem Video erklärt. Verlinke ich trotzdem nochmal hier oben, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Chihane in einem Bullrun locker die 1000 Dollar knackt. Ist jetzt mal natürlich ein bisschen sehr euphorisch gesprochen. Nichtsdestotrotz, ein Bullenmarkt hat unglaubliches Abtrendpotenzial und da können wir natürlich alles mitnehmen, was geht. Und hier jetzt im Bärenmarkt groß zu verkaufen, macht für mich eigentlich keinen Sinn. Dementsprechend, Leute, ihr wisst, ich nehme den Freezer auf jeden Fall mit, auf Hinsicht des Monete-Airdrops. Das ist so der größte Bonus, den sie uns gegeben haben, wenn wir freezen. Und noch dazu habe ich ja, sollten wir noch weiter runtergehen, was ich ja auch für möglich halte. Es muss hier nur wirklich ein Whale abverkaufen und die ganzen Leute in den Gruppen so, oh mein Gott, nein, Abverkauf, Chihane ist nichts wert, das Projekt scheitert, die Founder und was auch immer. Was ja eigentlich kompletter Irrsinn ist. Trotzdem kann es so sein und ich habe noch immer genug von meinem Budget so aufgeteilt, dass ich günstig wieder Reinkost averagen kann. Das kann bei 60 Dollar sein, vermutlich bei 40 Dollar und bei 20 Dollar, weil die ganze Roadmap immer noch für mich passt, egal wo der Kurs hingeht. Eine kleine Vermutung könnte sein, dass eben durch Verzögerungen von den Leveraged Liquidity Mining Angeboten hier wirklich zu Ungeduld führt, zu Uncertainty und was auch immer und dann durch die Fahrt ein bisschen ein Dump kommt, bis das finale wirklich Value-Produkt von Grizzly Fire Online ist, kann es natürlich nochmal crashen. Kein Problem, wir nutzen das, wir nehmen es mit, wir nutzen auch den Impermanent Loss mit einem Teil in unserem Liquidity Pool. Perfekt, so will ich es haben. Gerne auch deine Meinung, wo du reingehst. Ich habe auf jeden Fall eine Umfrage schon auf YouTube gemacht mit über 500 Abstimmungen. Richtig, richtig cool. Da kann man sich definitiv was ausrechnen oder hochrechnen. Viele Leute sind sechs Monate reingegangen, die wenigstens in drei und ein Monat. 21 haben nur gesagt, ich werde ihn nicht nutzen. Ist auch gut, wenn man sein Kapital nicht locken will. Da mache ich mir persönlich auch keine Sorgen. Die Rewards kannst du ja sogar claimen und auch wieder in den Liquidity Mining Pool geben, was du halt machen möchtest und ein Viertel war nicht beteiligt. Allerdings mega krass, was das hier Volumen angezogen hat. Es zeigt den Trust, den die Leute in das Projekt haben. Es wird auch gut nachgekauft. Das ist natürlich perfekt. Und dementsprechend auch meine Vermutung, dass man vielleicht auch in einem Monat oder wenn das eben mit diesem Moneta-AirDrop in die finalen Wochen reingeht, dass man natürlich eine gute Möglichkeit hat, vielleicht ein paar G-Hands zu verkaufen, zu flippen, in Bitcoin, in Ethereum, was auch immer. Bisher haben wir diesen Kurs wirklich so optimal mitgenommen, weil man, dass es fast schon frech ist. Also meine Verkaufszonen waren hier in diesem Bereich. Hier bin ich kurz reingegangen, habe hier wieder verkauft. Dann habe ich hier quasi in den Liquidity Pool eingezahlt. BNBG Honey konnte hier leider einen Impermanent Loss schon wahrnehmen, der mir allerdings zugute kam, weil ich hier und auch hier rausgegangen bin. Alles in den Videos angekündigt, jeder hat es mitmachen können. Dass ihr wisst, heute ist Dienstag, Liquidity Pool rausgehen in Honeypot. Nur so, was ich gemacht habe am Donnerstag. Seht ihr, ob es funktioniert hat oder nicht. Oder ob ich falsch schlage. Das ist auf jeden Fall jetzt, was ich machen werde. Aber es ist natürlich gut, wenn jeder ein bisschen sein eigenes Strategieding fährt und nicht einfach blind auf mich hört. Bisher war es aber einfach ein unglaublicher Move, jedes Mal diese Bewegungen optimal mitzunehmen. Ich freue mich wie immer mit einem Daumen nach oben und vergesst absolut nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir schauen, dass wir hier den optimalen Grizzly Content finden, wo wir wirklich schauen, Games machen, Risiko und, und, und. Dass das alles auch passt. Weil natürlich im Bärenmarkt Altcoins zu handeln, zu besitzen, zu hodeln, arbeiten zu lassen, das ist natürlich auch eine Risk Sache, aber dementsprechend auch lohnenswert, wenn es in den Bullrun reinfährt. Und da die maximale Anzahl von Coins zu erreichen, ist so mein persönliches Ziel. Da dürft ihr natürlich gerne abonnieren, Daumen nach oben, Kommentar, was so eure Meinung ist. Und gebt denen auf jeden Fall eine Algo-Like-Schelle, weil das vielen hilft, sich hier vielleicht im Markt mit Recherche ein bisschen einzudecken. Dementsprechend, mich hat es für immer gefreut. Wir sehen und hören uns natürlich schon morgen im neuen Video. Und dann wünsche ich euch Happy Games mit Gianni, mit Bitcoin und all euren Kryptos, die immer noch hodeln. Und ich wünsche euch was. Ciao, ciao.